Ist dein Mund auch so trocken? Ja, ein bisschen. Schmeckt was? Ja, willst du? Ich will gerne, aber ich darf nicht, weil Ramadan ist echt lecker. Ich kann nicht mir vorstellen, weil dieses cremige, dieses milchige, fruchtige und dann mit diesem Kalt hier drin, ja? Ja und schön Eiswürfel, ich will, aber ich darf nicht, wirklich nicht. Aber einen Schluck kannst du doch wenigstens nehmen. Ich darf auch zwei Schlücke nehmen, aber nicht jetzt, später. Ja, aber jetzt kannst du, dann brauchst du später noch einen Schluck nehmen, weißt du? Hast du jetzt schon mal einen weg? Eigentlich, du hast recht, aber es geht nicht, weil Ramadan ist. Aber wenigstens eine Erdbeere, was Vitamine... Was willst du für ein Khansir? Zeig mal die Erdbeere. Ich faste, man, iss mal, iss mal selber, man. Nimm doch. Ich will nicht, man, ich darf nicht, man, iss mal selber. Nimm doch jetzt. Nein, nimm mal, iss mal. Du willst doch wirklich? Iss mal, iss mal, ich will auch, ja, aber iss mal, ich darf nicht. Bist du sicher? Ja. Khansir, einfach khansir. Kannst du meinen bitte halten? Warum soll ich halten, Mann? Ich bin am Fasten. Ja, aber ich kann nicht beides gleichzeitig. Okay, genau. Lecker Ananas. Lass es schmecken. Okay. Willst du noch einen? Nimm, nimm. Danke schön. Ich hoffe, du hustest. Was? Was sag denn? Lass dich schmecken. Danke schön. Riecht gut. Nee, ich darf auch nicht rauchen. Warum? Weil, das ist wie Essen und Trinken. Das ist nur Luft. Kann doch sein, das ist wie Luft, aber da sind Partikel drin, die kommen in die Lunge rein. Das ist wie Luft. Dann rauch doch selber deine Luft. Ich will nicht, Mann. Sehr lebt du willst doch. Ich will nicht, Mann. Bist du auch? Ja Khansir, du bist was du isst. Das ist doch Schweinefleisch. Halal. Ist es halal? Nein, nein. Nein. Lecker. Kann ich mir vorstellen. Mach doch Ketchup rein. Schmeckt besser. Gute Idee. Danke. Zigarette nach dem Essen, deine Beste. Huste! Was? Ich habe gar nichts gesagt. Kann ich bitte noch ein Wasser bekommen? Kannst du einfach gehen von hier? Mann, ruf mich nach Radadan an und fertig. Es heißt Ramadan. Ja, denn Radadan. Ramadan, Mann! Ruf mich danach an nach Radadan und fertig. Tschüss.